2009 lag ich nach der Replantation meiner linken Hand auf der Intensivstation im Unfallkrankenhaus Bazar und habe von dort im Koma Astralreisen unternommen. Jetzt schildere ich von den Reisen. So, und auf meiner dritten Astralreise war ich im Zweiten Weltkrieg Kriegsberichtserstatter der Nazis für den Stürmer und es war grausam, was ich erlebt habe, aber hört. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich bereue zutiefst, was ich in diesem damaligen Leben erlebt habe, aber ich kann es jetzt nicht ändern, es ist passiert. Aber, wie heißt es, schön, nie wieder Krieg, nie wieder Nationalsozialismus, nie wieder rechts oder links oder wie auch immer.